So, im Rossmann hatten auch alle eine Maske auf und Mindestabstand und wenn auch hier keiner an eine Maske oder so gedacht hat, dann habe ich natürlich auch mitgedacht und habe immer Masken für jeden dabei, in solchen Päckchen und, genau. Hier im Retz haben wir drei Desinfektionsspender, die sind gut ansichtlich. Ich schaue immer darauf, dass alle funktionstüchtig sind und aufgefüllt sind, damit wir alle sicher und gesund im Retz einkaufen gehen können. Was habt ihr für Erfahrungen? Ihr habt es jetzt erst wieder aufmachen dürfen vor ein paar Tagen, was ist so deine Einschätzung? Auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun, viele Haare zu schneiden und das klappt ganz gut mit den Kunden auch, die verstehen das alles, wir haben alles schriftlich notiert vor der Tür. Hast du das Gefühl, es spielt sich ein? Es spielt sich ein, auf jeden Fall. Ja, es ist aufwändig. Es ist ein bisschen aufwändig, aber es klappt gut. Wenn wir vielleicht mal hier schauen, Sandra, weißt du, was hier passiert? Bei Mamici meinst du jetzt? Bei Mamici, was machen wir da? Was passiert da? Ja, ihr macht halt draußen alles schick, oder? Wir machen, wir machen draußen alles schick. Damit man mal wieder schön, dass man Chino trinken kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020